Warum ich mich selbst nicht kitzeln kann, gute Frage, aber wer sagt das? Bestimmt einer, der es selber schon mal versucht hat. Aber wer kommt auf die Idee, so etwas zu versuchen? Na ja, es ist gerade Lockdown, da kommen die Leute auf die verrücktesten Ideen. Was mache ich bloß heute Nachmittag? Ach, ich könnte mich doch mal selbst kitzeln. Funktioniert gar nicht, wie schade. Und was mache ich jetzt? Oder? Oder es war ein Wissenschaftler, der das untersuchen wollte. Ipsolophologie Ja, und was machen Sie den ganzen Tag? Ich versuche mich selbst zu kitzeln, aber es geht nicht. Ah ja, sehr interessant. Ist gerade wieder Lockdown, was? Ich versuche mich selbst zu kitzeln. Ich versuche mich selbst zu kitzeln. Ich versuche mich selbst zu kitzeln. Ich versuche mich selbst zu kitzeln.